5 Tage TikTok Workshop in 10 Minuten, schnall dich an. Hallo, mein Name ist Franz und ich produziere mit meiner TikTok-Agentur bis zu 500 Videos jeden Monat für meine Kunden, die in der Regel Unternehmer sind. Wir machen TikToks im Talking-Head-Stil, Labervideos und das sehr erfolgreich. Und heute möchte ich dir zeigen, warum das für dich sinnvoll sein kann. So erst stellen wir uns die Frage, wofür ist TikTok eigentlich gut? Das Coole an TikTok ist, auf TikTok machen wir Kurzvideos, Hochkantvideos, 9 zu 16 Videos und jede verdammte Plattform nutzt diese aktuell. TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, Snapchat, Pinterest. Das heißt, wir können eine Content-Plattform bedienen und können den Content auf jeder anderen Plattform auch nutzen. Dieser Content nutzt sich hervorragend, um Aufmerksamkeit zu generieren und besonders hervorragend, um eine Personal Brand zu stärken. Man kann damit klassisch Content-Marketing betreiben, Vertrauen aufbauen. Und was kann man mit Vertrauen machen? Mit Vertrauen kann man Fans generieren, Mitarbeiter oder auch langfristig Kunden. Stichwort langfristig, denn TikTok eignet sich nicht gut, um einfach nur rein sein Angebot zu bewerben. Denn wenn man schnelle Ergebnisse haben will, sollte man lieber mit Paid-Ads das Ganze machen. Hier geht es um Vertrauensaufbau, langfristig über mehrere Monate mindestens. Ich behaupte sogar, wer TikTok beherrscht, kann jede Plattform erobern. Denn der Algorithmus, der hier genutzt wird, ist der ehrlichste von allen Plattformen. Denn wenn wir ein Video hochladen bei TikTok, dann passiert Folgendes. Es wird, egal ob man Follower hat oder nicht, erstmal einem ausgewählten Publikum gezeigt. Das wird ausgewählt, basierend auf Hashtags, Beschreibungen. Aber was du im Video sagst, das ist am wichtigsten. Das checkt TikTok. Und dann versucht der TikTok-Algorithmus, das passende Publikum zu finden. Und dann entscheidet dieses Publikum mit ihrem Verhalten, ob dein Video weiterempfohlen wird oder nicht. Eigentlich entscheiden die User, dass sie das Video eben nicht zu Ende schauen, weil sie eben nach Sekunde 2 schon wegswipen. Oder wenn sie dein Video quasi ignorieren, dann sagt der Algorithmus, das ist anscheinend ein schlechtes Video und ich sollte es nicht weiterempfehlen. Sagen die User aber, das ist ein gutes Video, in dem sie es zu Ende schauen und dann auch noch reagieren durch Kommentare, durch Likes, durch Follows. Dann sagen wir dem Algorithmus, das ist ein super Video, das sollte ich weiterempfehlen. Und dementsprechend wird dein Profil dann geboostet, dein Video wird weiterempfohlen und das Ganze geht immer so weiter, bis dein Video viral geht. Erfolgreiche Videos macht was aus, dass die Videos so interessant sind, dass der User bis zum Ende dranbleiben muss, damit er eine Emotion verspürt, um eine Reaktion darzulassen. Und das ist das ganze Geheimnis. Unsere Denkweise sollte eben nicht sein, was findet der Algorithmus gut, sondern was findet mein Publikum gut. Denn der Algorithmus ist immer nur die Antwort auf das Zuschauerverhalten. Jawohl, okay, das habe ich verstanden. Ich muss erstmal was posten, damit der Algorithmus entscheiden kann, was gut ist und was nicht. Und am Anfang sage ich auch ganz klar, Quantität ist besser als Qualität, denn du kannst auf TikTok quasi unendliche Versuche haben, bis ein Themengebiet irgendwann ankommt, damit du lernst, was gut funktioniert, um dich dann später zu optimieren. Aber dann stellt sich natürlich die Frage, woher kommen denn die ganzen Ideen, Franz? Ganz besonders geht es auch einfach darum, alten Content richtig zu recyceln, ohne dass es so rüberkommt. Und einer meiner Favoriten ist diese Ideentabelle. Da kann man einfach sein eigenes Themengebiet hinzufügen und bekommt so unendlich Content-Ideen, sodass man jeden Tag etwas zum Posten hat, um immer und immer besser zu werden. Dann virale Skripten. Zur Erinnerung, unser Ziel ist, dass der User bis zum Ende dran bleibt und dass wir am Ende eine Emotion auslösen. Das Coole bei TikTok ist, wir können uns die Beibehaltungsrate in der App anschauen und können so genau analysieren, wann die User abspringen und wann eben nicht. Und das Coole ist, man kann im Prinzip den Erfolg bei TikTok runterbrechen auf eine dreifach verschachtelte 80-20-Regel. 80% des Erfolges sind der Inhalt und eben nicht die Verpackung, also nicht Kamera und Schnitt. Und der Inhalt bei einem Talking-Head-Video, wenn man in die Kamera spricht, ist das Skript. Und das Coole ist, das können wir vorbereiten. Und innerhalb des Inhalts können wir nochmal sagen, 80% des Erfolges sind die ersten drei Sekunden, die sogenannte Hook. Und erst danach, was danach kommt. Und innerhalb der Hook können wir auch nochmal sagen, 80% des Erfolges ist ein cooles Thema zu haben und erst danach, wie wir genau es formulieren. Und deswegen fangen wir auch mit dem Thema an. Was macht den Erfolg aus? Ein Mainstream-Thema. Mainstream-Themen bringen Mainstream-Klicks. Es muss nicht unbedingt das Ziel sein, willst du aber viral gehen, dann musst du das leider mit reinbringen. Ein Mainstream-Thema ist ein Themenfeld, das jeden oder sehr, sehr viele Leute interessieren. Und in der Regel haben wir eins oder mehrere dieser Themenfelder. Gesundheit, Finanzen, Liebe oder Familiarity. Das, die, den kenne ich. Entweder eine Situation oder eine Marke oder ein Promi. Haben wir ein interessantes Thema, geht es darum, wie wir es rüberbringen. Und das so einfach wie möglich. Und dabei kannst du dir einfach, wenn du deine Hooks schreibst, dir immer wieder diese vier Fragen stellen. Geht es konkreter? Geht es einfacher formuliert? Geht es persönlicher? Und kriege ich ein virales Element irgendwie da noch mit rein? Als Inspiration hier ein paar Hooks, die alle über 100.000 Aufrufe hatten. Und ich will dir hiermit nur zeigen, die sind alle unfassbar simpel formuliert, aber haben immer ein virales Element mit drin. Haben wir dann eine fantastische Hook geschrieben, geht es danach darum, eine Spannungskurve hinzubekommen, sodass wir den User bis zum Ende halten. Und wie machen wir das? Indem wir das Beste aus dem Video versprechen, die Spannungskurve halten, dann deliveren und dann ist das Video vorbei. Danach kommt nichts mehr. Und wie machen wir das mit der Spannungskurve? Drei Möglichkeiten. Entweder mit einer Geschichte, mit einer Transformation oder mit einem Listicle oder wir kombinieren eins von den drei Sachen. Und innerhalb der Spannungskurve können wir auch nochmal verschiedene Techniken nutzen, um wirklich sicher zu gehen, dass der User bis zum Ende dran bleibt. Am liebsten nutze ich dafür Frameworks wie AIDA, die Slippery Slope, die Yes Ladder und die But and Therefore Rule. So, und haben wir die Spannungskurve dann gehalten, müssen wir am Ende nur noch eine Emotion triggern. Und dafür nutze ich gerne die acht Viral Writing Emotions von Sean Puri. Und wie ich das bei eigenen Skripten genutzt habe, habe ich dann auch im Workshop gezeigt. Ich habe ein paar Skripte mitgebracht, die in der Vergangenheit zu hunderttausenden Aufrufen geführt haben. Und habe da so ein bisschen gezeigt, welches Element ich wofür genutzt habe, was ich mir bei der Hook gedacht habe, wie ich dafür gesorgt habe, dass der User wirklich bis zum Ende dran bleibt und am Ende diese Reichweite zu generieren. Wenn ihr jetzt eure eigenen Skripte schreibt, dann nutzt gerne diese Checkliste von mir und geht diese Punkte mal einfach durch und guckt, ob ihr noch etwas optimieren könnt. Haben wir dann das Skript fertig, geht es natürlich danach um die Verpackung. Also wir müssen uns um Kamera und Schnitt kümmern, zuerst um die Kamera. Dabei ist nicht das Ziel, wie der krasseste Hollywood-Producer rüber zu kommen. Wichtig ist der Inhalt und das good enough rüber zu bekommen mit den folgenden Prioritäten. Erst Ton, dann Licht, Kamera. 80-20 von Ton ist, hab ein Mikrofon und hab es nah am Mund, auch wenn es im Bild ist. Umso näher das Mikrofon am Mund, umso besser der Ton. Der Ton muss nicht perfekt sein, aber zumindest erstmal verständlich. Zwecks Licht empfehle ich es dir, 45 Grad von dir aus hinzustellen und etwas überhalb von Augenhöhe. Und dann kannst du dich noch immer entscheiden, wie krass schräg du das stellen möchtest. Wenn du es sehr schräg hinstellst, dann hast du eher ein schattiges Gesicht und umso frontaler du es hinstellst, umso mehr Beauty-Look hast du. Es gilt die Richtlinie, umso größer die Lichtfläche, umso schöner sehen wir aus. Dann geht es natürlich um die Kamera und da ist meine Empfehlung für den Anfang, nutz einfach die Kamera deines Smartphones. Aber Achtung, die Rückkamera, weil die in der Regel immer besser ist als deine Frontkamera. Wenn du dich dann filmst, dann hab die Kamera ungefähr auf Augenhöhe und film nicht so, dass du ultra nah im Bild zu sehen bist, sondern immer einen Ticken weiter weg, als man denkt, wir filmen hoch kann und die Menschen sind es gewohnt, etwas mehr vom Körper zu sehen. Und beachte, dass wenn du später dein Video auf TikTok hochlädst, dass da auch noch Icons über das Video sind, sodass du nicht so filmst, dass dein Gesicht verdeckt wird. Dann bin ich im Workshop auch noch ein paar Setups durchgegangen, hab so erzählt, was ich bei meinen Kunden immer so mache, um aus deren Räumlichkeiten das Beste rauszuholen. Ich nutze ganz gerne die fransche Teilung, das heißt konkret einfach nur diagonal zur Raumecke filmen und so kann man meistens aus einem langweiligen Raum noch ein bisschen mehr rausholen. Dann bin ich auch noch auf ein paar Stolperfallen eingegangen, die viele beim ersten Mal Film immer machen. Da kannst du dir gerne die Slides dazu screenshotten und dementsprechend googeln. Meine grundlegende Empfehlung beim Film ist aber, fang erstmal mit dem Workflow an, der für dich zeitlich machbar ist. Wenn du also nur wenig Zeit zur Verfügung hast, dann mach lieber alles mit dem Smartphone, als mit ganz viel Equipment deine Zeit zu verschwenden. Bei der fünften Session ging es dann um den Videoschnitt und wie du aufhörst, so viel Zeit zu verschwenden, denn wichtig ist, was brauchen wir eigentlich in einem Videoschnittprogramm eigentlich nur für Features. Wir müssen Videoschnipsel nacheinander irgendwie packen, wir müssen Bilder einfügen, Videos einfügen und Text einfügen und das kann irgendwie jedes Schnittprogramm. Was du eigentlich nicht unbedingt brauchst, sind Übergänge, Farbfilter, Effekte, Hintergrundmusik, das ist alles nicht so wichtig. Meine Empfehlung, wenn du schnell anfangen willst, nutze einfach die TikTok-App oder CapCut, willst du ein bisschen mehr Advanced gehen und willst voll der Crack werden und hast Bock auf ganz viele YouTube-Tutorials, dann guck dir Premiere Pro oder DaVinci an. Dann habe ich meinen eigenen Workflow gezeigt und besonders Punkt 4 hier, das ist etwas, das nenne ich Audio-First-Editing. Das ist das Prinzip, wie wir es schaffen, mit ultra kurzen Pausen den Flow des Videos zu erhalten, ohne dass es negativ auffällt. Und dann kommen wir auch schon zu dem Mindset zum Schnitt, ja. Im Schnitt wird ein Video nicht gut gemacht, sondern ein gutes Video wird verbessert. Wir retten keine Videos, wir machen sie besser. Das heißt, im Schnitt, unsere Ziele sind den Inhalt verständlicher machen und die Spannungskurve steigern. Wie machen wir das? Durch Diagramme oder durch Visualisierung. Und bei der Spannungskurve können wir gucken, okay, welche Information wird fürs Ende aufgebaut und wie können wir visuell dort nachhelfen, um das Gehirn dort ein bisschen zu unterstützen des Zuschauers. Und dann natürlich ein ganz wichtiger Punkt, die Untertitel. Die erhöhen die Verständlichkeit, aber bringen auch automatisch Dynamik im Bild. Bei den Untertiteln bin ich auf ein paar Fehler eingegangen und wie man diese vermeidet. Und dann kommt ein ganz wichtiger Punkt und zwar, wie man wirklich effektiv schneidet. Und der effektivste Part, den du machen kannst für deine Reichweite, ist, dich auf die ersten zwei Sekunden, auf deine Hook zu konzentrieren. Dann gehst du meine Checkliste durch, die ich dir gleich geben werde. Dann machst du den Anfang quasi fertig, die nächsten acht Sekunden so ungefähr. Und wenn du das dann fertig hast und wenn du es wirklich geschafft hast, die User mit deinem Schnitt bis Sekunde zehn zu halten, dann kannst du dir ein bisschen weniger Mühe geben und aufhören, Zeit zu verschwenden für den Rest des Videos. Hier ist meine Checkliste für die ersten zwei Sekunden deines Videos. Der Test läuft wie folgt. Du spielst dein Video ab und nach zwei Sekunden machst du Stopp. Und dann beantwortest du diese Fragen. Und wenn einer dieser Punkte nicht erfüllt ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass dein Video noch Verbesserungspotenzial hat. Das waren fünf Tage TikTok-Workshop im absoluten Schnelldurchlauf. Falls du jetzt noch irgendwelche Fragen hast zu TikTok, zu meinem Workshop, dann hinterlass mir doch einen Kommentar. Schreib mir eine LinkedIn-Nachricht. Egal, wie du dich jetzt entscheidest, mit deiner TikTok-Karriere loszulegen. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg und wir sehen uns dann hoffentlich sehr bald wieder. Bis dahin, dein Franz.